Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch! Hallo beim Telestammtisch und willkommen hier live im Pfälzer Forst. Ich bin das Du und ich habe heute eine ganz tolle Aufgabe. Ich darf euch nämlich heute das Wunder der Natur vorstellen. Genauer gesagt mit einem echten, natürlichen Pfälzer, frisch und biologisch aufgezogen. Und der heißt Sven. Hallo Sven. Hallo Sven. Wir beide sind hier nicht um zu zeigen, wie toll die Natur sein kann, sondern wir sind hier um zu zeigen, wie brutal die Natur sein kann. Und das erledigt für uns quasi der, ja ich möchte sagen Horrorfilm in a violent nature. Und Sven, du als Genre-Fan wirst es vermutlich kennen. Wenn so ein Film um die Ecke kommt, ist es eigentlich immer gleich. Es gibt eine erste Vorstellung, meistens auf einem Festival. Das war bei diesem Film Sundance. Und dann ging das große Gebrülle los von wegen, das ist der brutalste Film aller Zeiten, das ist ein echter Schocker, der macht alles anders. Dann lief er in Deutschland auf dem Hardline-Film-Festival. Und jetzt läuft er am 24. Oktober auch ganz offiziell und wichtig zu sagen, Uncut in den deutschen Kinos. Sven, was hast du denn im Vorfeld von in a violent nature so mitbekommen? Genau dieselbe Schose, die man immer wieder mitkriegt. Leute im Kino, kollabiert. Das Kino niedergebrannt aufgrund des Films. Nein, das war natürlich nicht übertrieben. Aber halt so die obligatorische Promotion-Keule hat härter am härtesten in a violent nature. Ja. Was dabei aber immer so ein bisschen unterging, fand ich zumindest, ist, dass der Film ja ein, ich würde sagen, schon etwas anderes Konzept hat als andere Slasher oder andere Horrorfilme. Ich glaube, auf dem Papier liest es sich relativ, ja, gleichgültig. Es gibt nun einen wiedererwachten Hühn, der Jagd auf Teenager im Wald macht. Ich weiß nicht, fällt dir dein Franchise ein, was auf die Beschreibung vielleicht passen könnte? Wird schwierig, aber, ja, ja, also so der Wächter des Waldes, ich würde ihm wirklich chasen mit Maske, ja, er ist immer sehr um die Population und das Ergrünen des Waldes besorgt. Genau, weil Überbevölkerung ist einfach ein Problem, das uns alle angeht. Danke, danke. Ja, also, man kann in der Wild Nature, glaube ich, wirklich grob beschreiben als, ja, ich sag's mal ganz keck, Arthouse-Variante von Freitag der 13. 13., ähm, der Killer in der Wild Nature heißt nicht Jason, er heißt Johnny, ähm, und es gibt sonst noch ein paar Parallelen. Ich würde aber sagen, bevor wir uns jetzt darauf stürzen, was diesen Film vielleicht so besonders macht, was diesen Film vielleicht so schwierig macht oder vielleicht sogar so gut, werden wir gleich wissen, kannst du uns eben kurz erklären, Sven, und ich weiß, es wird eine harte Aufgabe für dich werden, weil der Film wirklich arg komplex ist, worum geht es denn genau in der Wild Nature? Also, ich versuche das Ganze jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen. Verschwundenes Melallion erweckt Taucherglocken Johnny. Dieser begibt sich dann aus der Erde hervor, heraus, Verzeihung, und jagt sein verschwundenes Tamagotchi und metzelt jede Menge Teens dahin. Das sind Teens, ja. Also, auf dem Papier klingt das wirklich wie ein Standard-Slasher der härteren Gangart. Jetzt ist es aber so, dass der Film etwas macht, was ich zumindest so noch nie gesehen habe, und zwar die Kamera folgt diesem Johnny, diesem Killer, äh, schwebend. Also, wir sind quasi fast die ganze Zeit immer bei Johnny, wir sind immer hinter ihm, wie er durch den Wald stampft, und so viel ist ja gesagt, er stampft gerne durch den Wald, und das macht er sehr oft. Ich hab den Film jetzt zweimal gesehen. Und beim ersten Mal war es bei mir so, da war halt dieser Hype so groß, und ich dachte, uh, was kommt jetzt, weil ja gerade vor allem die Kill-Sequenzen, über die werden wir dann gleich nochmal reden, immer so ein großes Thema waren. Und ja, über die kam, und sollte man auch mal reden, aber ich war dann schon fast schon verblüfft, wie sehr die Kamera wirklich an diesem Johnny klebt, und dass der Film, obwohl er wirklich im Herzen ein sehr blutbesudelter Genre-Film ist, fast schon was, ja, was Meditatives hatte. So würde ich es ausdrücken. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab teilweise eine gewisse Entspannung gefühlt, wenn ich gesehen habe, wie dieser Johnny da durch den Wald stapft. Wie war es da bei dir, Sven? Also, ich hatte drüber gelesen, wie wir es ja vorher schon bei der Gore-Schiene hatten, das habt ihr noch nie gesehen, und ja, ich hab mich da gedacht, na ja, gut, lässt dich mal drauf ein. Und ich hatte echt meinen Spaß, weil da werden teilweise Fragen beantwortet, die man sich schon immer gestellt hat als Slasher, Baum, Natur, Bursche. Was treiben die eigentlich den ganzen Tag, wenn sie nicht irgendwelche Leute finden, die sie dahin schlachten können? Und das wurde teilweise wirklich gut und super beantwortet. Ich hab sofort Spaß dabei gehabt, auch wenn er wirklich minutenlang durch den Wald schleppt und du denkst nur, wie viele Schritte macht der eigentlich am Tag? Also, hat der eine App? Klar, natürlich hat er keine Hände. Wir haben hier Schritt, zielerein. Dann bleibt er einfach stehen. Und er bleibt auch einfach mal zwischendrin stehen und statt ins Nichts. Also, das ist, es hat schon auch so ein bisschen einen Doku-Stil, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich muss dir da, und das tue ich nicht gerne wirklich beipflicht, ich fand das auch total interessant, weil dieser Film, diese Ruhe, die er ausstrahlt, irgendwie hatte mich das. Und bevor jetzt die Horrorfans jetzt mokieren, ja, aber es gab ja schon andere Filme, die den Killer begleitet haben. Klar, es gab sowas wie Beyond the Mask, das ist zum Beispiel ein bekanntes Beispiel. Aber das hier ist was ganz anderes, weil, so blöd es klingt, ich hatte das Gefühl, dass wir als Zuschauer quasi wie so ein unsichtbarer, schwebender Geist sind, der diesen Johnny verfolgt. Und das hatte was Spannendes, aber auch was, wie gesagt, was sehr Meditatives für mich. Und vor allem, was mir da bei der Zweitsichtung aufgefallen ist, und das fand ich wirklich kurios, ist, ich war, ich will nicht sagen, dass ich auf der Seite von Johnny war, aber es gibt eine Szene im Film, die hat mich auch irgendwie bewegt, so blöd es klingt. Und diese Szene ist in mehreren Aspekten, für mich zumindest, interessant. Zum einen, wir sehen Johnnys Gesicht lange Zeit gar nicht. Und das ist ja auch so ein, so ein, ja, so eine Handhabe bei so Slasher-Killern, die maskiert sind, dass du ihr Gesicht entweder nie siehst, oder halt eben, dass diese Enthüllung der Maske so ein bisschen, ja, so als Endpunkt nochmal genutzt wird, fürs große Finale. Und bei einer Weine-Nanger ist es so, du siehst das Gesicht lange Zeit gar nicht, und dann einfach so setzt er sich die Maske ab, setzt sich an einen Baum und macht ein Päuschen. Und ich weiß nicht, warum, der sieht natürlich auch, wie so ein Slasher-Kill halt aussehen muss, und maskiert auch ziemlich zerstört aus und ziemlich angemodert. Aber irgendwie tat er mir in dieser Szene fast ein bisschen leid. Und das fand ich echt, ich war perplex, weil ich wusste ja schon, was noch kommen wird, und dass der auch Sachen macht, wo ich sagen muss, so, okay, da ist jetzt aber, die Sympathie-Grenze ist jetzt hier erreicht, lieber Johnny, ne? Das müssen wir mal sagen. Aber irgendwie fand ich das, ja, total faszinierend. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es lag. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, der Film hat mir das Menschliche im Slasher-Killer Johnny näher gebracht, das auf gar keinen Fall. Aber irgendwie war es für mich ein komplett interessantes Konzept, das beim zweiten Mal wesentlich besser funktioniert hat, als beim ersten Mal. Für mich zumindest. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, wenn ich mir nochmal angucke, und das werde ich definitiv tun, dann bist du einfach schon drauf eingestimmt und achtet vielleicht nochmal ein bisschen auf andere Sachen spezieller. Aber ja, ich kann das auch wirklich sehr gut nachvollziehen. Denn als er da am Baum lehnte, hatte ich schon das Bedürfnis, ihn einfach mal in den Arm nehmen zu müssen. Weil ich meine... Und dann ist dir eingefallen, was er davor und danach noch mit den Leuten anstellt. Nächstes so, okay, nein, Sicherheitsabstand, zehn Schritte muss sein. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, er ist halt... Ich hatte auch da echt Mittler mit ihm. Ich meine, der schlappt den ganzen Tag durch den Wald. Ja, und wenn du Pech hast, immer mal ehrlich, als modernter Serienkiller findest du nichts, was du irgendwie abschlachten kannst. Ja, aber was machst du denn dann? Ja, die Tiere des Waldes werden dir auch nicht den Weg bereiten und dir, keine Ahnung, ihre Erstgeborenen darlegen, dass du sie schlachten kannst. Also, da ist halt auch viel Langeweile dabei. Ich kann das schon verstehen. Und der arme Kerl. Wobei eine Sache, die ich nicht unterschreiben würde, ich habe jetzt ganz oft im Kontext zum Film oder zur Besprechung des Films gesehen oder gelesen, dass er immer so als Slowburner deklariert wird. Und ich muss sagen, ich finde, er ist kein Slowburner für mich. Also, er lässt sich Zeit und er ist ruhig. Aber ich hatte weder bei der ersten noch bei der zweiten das Gefühl, dass er langatmig oder so ist. Ich weiß nicht, warum, aber ich fand, er hatte dafür, was er erzählt. Und die Grundgeschichte ist wirklich total banal und passt auf eine Briefmarke. Aber ich fand den nicht temporeich. Aber was die Geschwindigkeit angeht, wie er es erzählt und was er erzählt, fand ich den eigentlich sehr gelungen. Also, ich habe nie auf die Uhr geguckt während der Sichtung. Wie war es da bei dir? Nee, ich auch nicht. Ich finde, die haben ein tolles Pacing. Die haben es schön hingekriegt. Und ja, das ist halt einfach ein interessantes Konzept, was mich von Anfang an wirklich auch echt in den Bann gezogen hat und begeistert hat. Auch so dieses, du hast da einen so minimalen Sound. Es gibt eigentlich keine Filmmusik, sondern du hast einfach nur den Wald und die Geräusche da drin. Und das funktioniert super. Und der baut teilweise trotzdem eine Art Spannung auf. Und das musst du erst mal hinkriegen. Ja. Die Spannung, finde ich, generiert sich auch so ein bisschen dadurch, dass du halt nicht weißt, was machen wir am Anfang. Also, ich finde ja auch, und es wirkte auf mich manchmal so, bei der Erstsichtung zumindest, dass der Regisseur Chris Nash, der hier seinen ersten Spielfilm abliefert, auch wusste, okay, die Leute werden diesen Film gucken wollen wegen der Gewaltspitzen. Auf die wir gleich noch zu kommen, sprechen kommen, keine Panik. Und ich finde, am Anfang spielt er auch ein bisschen damit, weil es ja wirklich auch Momente gibt, wo du denkst, oh, jetzt geht's los, und dann Schnitt, dann siehst du es aber nicht. Aber die Schnitte, die er benutzt, sind sehr gut gesetzt. Also, ich mag zum Beispiel diesen einen Schnitt, wenn die Hand von Johnny sich diesem Gesicht nähert am Anfang, und dann siehst du nur noch einen Schnitt, und dann siehst du, dass die Hand plötzlich blutrot ist. Das ist zum Beispiel echt gut gemacht. Ja. Also, es wird jetzt nicht direkt losgeslashert und gesplattert, sondern erhebt sich die Highlights schon schön verteilt für den Film. Also, ich denke auch, der ist... ein Fan und weiß genau, was die Leute wollen, aber hat halt wirklich was Neues probiert, was gut, oder was für mich sehr gut funktioniert hat. Hm. Ja. Ähm, wir müssen noch kurz auf die anderen Figuren zu sprechen kommen, nämlich diese Teenager im Wald, und die sind wirklich Genre-Standardware. Das ist wirklich... Also, da gibt's keine wirkliche Figur, die besonders hervorsticht gegen, ich würd sagen, so im letzten Drittel, letzten Viertel versucht der Film so eine Figur so ein bisschen in den Fokus zu stellen von diesen Teenagern. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das Konzept des Films nicht stark genug, um mir diese total interessanten Figuren irgendwie schmackhaft zu machen. Äh, und du denkst, ja, du wartest eigentlich nur drauf, okay, Johnny, was könnten wir tun? Es gibt, wir haben viele Möglichkeiten, Spießchen auf den Ast und drehen wie einen Propeller. Aber, es ist, man muss, was man auch sagen muss, es sind praktische Effekte. Es sind praktische Effekte. Du hast kein CGI-Gedöns drin, es ist alles handmade und sieht auch wirklich sehr derb aus teilweise. Ja. Und jetzt kommen wir zum großen Thema, lass uns mal reden über die Morde und über die Gewalt. Als der Film Premiere hatte in Sundance, habe ich vor allem von einer Szene immer gehört und es kamen vor allem zwei Begriffe drin vor. Yoga-Mädchen und Klippe. Ja. Jetzt haben wir diese Szene gesehen und ich würde auch sagen, es ist für mich auch die, die in Sachen Kreativität, Brutalität wirklich heraussticht, die ist wirklich, das ist das Verkaufsargument für den Film. Ich kann es auch verstehen, dass da ganz viele drauf scharf sind. Mein Problem ist aber, so toll ich diese Szene effektkünstlerisch finde, sie passt für mich irgendwie tonal nicht in diesen Film. Wie ganz, ganz viele andere dieser brutalen Momente. Weil, also ich möchte jetzt nicht sagen, was Johnny mit diesem Yoga-Mädchen da macht an der Klippe. Nur so viel, ich würde es als Overkill bezeichnen. Ich glaube, das ist jetzt kein einfaches so, ich schneite die Kille durch oder ich breche das Genick. Das ist wirklich, irgendwo denkt man sich so, okay, die ist doch jetzt schon, mach das, okay, das ist auch okay, aber da, okay. Es hat fast Kartuneskes für mich fast gehabt. Es ist halt so übertrieben, dass ich da auch kein, ich sehe da so, ich sehe da auch noch nicht mal eine Art von Sadismus drin, weil, also kurz dazu gesagt, ich finde halt, dass Johnny dadurch, dass er halt eben keine Mimik hat, weil er die meiste Zeit halt wirklich auch mit dieser Feuerwehrmaske oder was immer das ist agiert, fehlt ihm halt eine Mimik wie Arte Clown, sodass diese Kills für mich auch nie was Sadistisches haben. Es ist eine Art von Overkill, es ist komplett übertrieben, es ist so kartunesk, überspitzt, dass es sich so mit diesem meditativen Anspruch, den der Film davor hatte, komplett beißt. und ich fand das bei der Erstsichtung ganz schlimm, das hat mich wirklich rausgeholt aus dem Film, bei der Zweitsichtung wusste ich, was mich erwartet, da waren das für mich immer noch Fremdkörper, aber ich konnte es besser hinnehmen. Wie hast du die Gewalt wahrgenommen? War es für dich auch einfach in Anführungszeichen too much oder hast du dir gesagt, Gott sei Dank, endlich spratzt es mal ein bisschen? Jein, also natürlich ist die Yoga-Szene so das Aushängeschild, womit der Film ordentlich beworben wird und das, ja, wie du ja schon gesagt hast, sind alle ganz geil drauf und ganz scharf, um Gottes Willen und was macht er denn da? Er hat zwischendrin schon mal auch so gegen Ende hin, jetzt nicht so brutal wie bei der Yoga-Szene, aber auch schon mal, wo er schon ordentlich mal die Sau rauslässt. Ja, 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 ja. Aber es ist, ja, es ist nie so, es wird nie so offen präsentiert wie diese Yoga-Szene, das stimmt. Und es gibt auch ein paar, wir haben uns ja schon öfters drüber unterhalten, auch so eine Szene, die ich auch absolut, obwohl du nichts siehst, als mega unangenehm empfinde. Ich glaube, ich glaube, du meinst die selbe Szene wie ich, ob die ich gerne auch noch zu sprechen kommen würde, nämlich da, wo er eine Frau erträgt. Genau. Und die ist halt wirklich für mich die heftigste Mordszene, nicht weil du alles siehst, sondern weil du es gar nicht siehst. Er zieht halt, also Johnny ist halt wie Jason, der kann halt eben anscheinend auch einfach so durchs Wasser gehen, also so ein bisschen der diabolische Moses, wenn man so will. Ja. Und er zieht halt diese Frau einmal unter Wasser. Also du siehst es nicht, aber du kannst dir vorstellen, was passiert. Und du hörst halt, weil unter Wasser so Tonnen sind, so Blechtonnen, und da tritt sie halt immer entgegen. Und das ist das Einzige, was du dann hörst. Und das ist so viel beklemmender für mich, als diese Szene, wo er halt wirklich die Leute stückchenweise auseinandert. Das ist schon krass. Also ich hab tatsächlich letztens auch mal darüber nachgedacht, was ist denn für mich einer so der heftigsten Mordszenen im Film. Und ich komm immer wieder darauf zurück, dass für mich eine der heftigsten Mordszenen ein Mord ist, ist aus einem Film mit George Clooney, Michael Clayton. Und diese Mordszene ist halt null brutal. Da fließt kein Tropfen Blut, aber die ist so präzise, die ist so, das ist, da ist halt nichts Leidenschaftliches drin. Weißt du, wenn Arte klauen, wenn Jason Fawkes oder wenn Johnny jetzt Leute auseinander nimmt, dann ist hier da immer eine gewisse Leidenschaft drin. Da wird gespratzt, gesplättert, da ist auch was, eine Art von Kreativität ist damit auch integriert. Aber bei Michael Clayton, diese Mordsequenz, ist es so, als würde man dein Leben löschen, als ob du einfach eine Zelle in Excel löscht. Und das ist so viel unangenehmer für mich zu gucken und das wahrzunehmen, als halt eben jetzt so ein Overkill. Ja, weil es einfach was, glaube ich, so diesen realistischen Aspekt halt noch hat. Und hier, ich habe mir auch ziemlich lang überlegt, warum mich eigentlich so diese, dieses See, dieser Seekill mehr mit, also in Anführungsstrichen mitgenommen hat, als der Yoga over Stretch. Und da, glaube ich, ist es halt auch einfach so, dass Nash ganz gut da mitspielt, jeder kennt es, du guckst, im Sommer stehst du an den See, da kannst du halt nicht bis zum Boden gucken, springst rein und dann denkst du dir unterwegs, was glaubst du, was jetzt passiert, wenn auf einmal eine Hand von unten kommt? Ha, ha, ha. Und das glaube ich, da kannst du dich einfach viel besser reinversetzen und da muss halt auch die Fantasie ordentlich mitarbeiten, während du ja halt bei so Gegröße und Gesplatter, was ich trotzdem sehr gerne sehe, ja einfach alles serviert kriegst. Und beim Rest hast du einfach diese Vorstellungskraft, die da halt ordentlich mitarbeitet. Und jeder kennt halt diese Situation im Seeschwimmen. Ja. Das könnte es sein. Ja, es ist echt interessant, weil ich weiß es nicht, ob es beabsichtigt ist, aber ich hab halt wirklich nach My Nature wirklich auch über so Filmmorde nachgedacht. Also es ist bei mir, hat eine Art von Reflexion stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das von Regisseur Chris Nash so entendiert gewesen ist, das ist jetzt auch vollkommen egal, aber ich fand das spannend, weil der Film bei mir durchaus so Fragen so aufgebracht hat, die mich dann auch wirklich noch länger beschäftigt haben und das will ich ehrlich sagen, das hat zuletzt ein Horrorfilm, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube aber, dass es vielleicht auch das Problem ist des Films, dass er vielleicht dann doch zu verkopft ist und damit vermutlich auch ein Großteil des Publikums abschreckt, dass eben nur für diese Kills gekommen ist, weil da muss man sagen, der Film hat heftige Kills und nicht nur den Yoga-Kill, es gibt wirklich, Sven hat es schon gesagt, wirklich einige sehr heftige und gut gemachte Kills, wo es auch wirklich das Kunstblut in Hülle und Fülle gegen die Leinwand spratzt, aber das erkauft sich der Film halt eben auch mit einer sehr ruhigen Inszenierung und seinem Konzept und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Konzept ist, das jetzt für die, nehmen wir es mal einfach mal, breite Masse oder breite Horrorfilmmasse so gut aufgeht. Ja, das befürchte ich teilweise auch, also, dass die Leute da mit einer anderen Erwartungshaltung reingehen und vielleicht eher enttäuscht werden und denken, ja, Moment, aber jetzt müsste man eigentlich noch mit, keine Ahnung, einer Monstersichel jemanden in kleine süpschen Bröckchen schneiden und ich denke auch nicht, dass es der Hauptaugenmerk ist. Klar, hat Nech gewisse Sachen einfach benutzt, um das Ganze halt auch schön zu pushen, aber ja, ich glaube auch wirklich so dieser Hauptaugenmerk ist der Killer, wir folgen ihm und alles, was du schon immer über Jason und Co. in der Freizeit wissen möchtest, werden wir dir hier beantworten und ich glaube auch, dass er mit viel Erwartungshaltung vielleicht auch an seinem Publikum gerne ein bisschen spielt, um die Leute dann vielleicht positiv oder halt auch negativ zu überraschen, aber ich finde es schön, wenn dieser Film deinen Horizont erweitert hat. Das ist nett, das ist sehr nett von dir. Ich war, kein Thema. Er hat ja auch noch, das sollte man erwähnen, gegen Ende ein kleines Leckerli für richtige Slasher-Hardcore-Fans, das spielt ja, ich habe den Namen der werten Frau vergessen, aber da kam ja ein Gastauftritt von der Schauspielerin, die in Freitag 13. Teil 2 Wiki gespielt hat und da ist mir was aufgefallen, das ist mir bei der ersten Sichtung gar nicht so aufgefallen, der Film endet ja schon relativ antiklimatisch, also so wo andere Filme nochmal so zum großen Finale sich aufbäumen, wo da nochmal alles in den Topf geworft wird, ist ja das Ende von in der Weine Nature mehr so, übrigens ist es jetzt vorbei. Fand ich aber nicht schlecht, einfach, ja, weil es auch so gegen alle Erwartungen ist. Natürlich auch, ob man dann denkt, okay, jetzt, jetzt müsst aber nochmal, also jetzt müsst es nicht nur Literweiß, sondern Hektoliterweiß fließen, aber nein, dann ist, dann ist halt fertig. und ich war wirklich da gesessen und dachte, okay, nee, Moment, ich finde es geil. Das hat mir gefallen. Aber das kann man ja schon mal sagen, es ist ja ein zweiter Teil bereits angekündigt und hat auch grünes Licht bekommen, das heißt, ich würde mal schätzen, in zwei, spätestens drei Jahren wird es eine Weine Nature 2 geben. Ich muss dazu sagen, irgendwie, ach, ich kann es verstehen, der Film war erfolgreich und ich gönne ihm den Erfolg auch. Das war so aus den letzten Jahren, weil es gibt ja jedes Jahr Minimums drei Filme, die halt eben dieses, wie du schon gesagt hast, zu Beginn diese, diese Genre-Gelüste so befriedigen und die die brutalsten Filme aller Zeiten sein sollen und dass zigtausend Leute rausgegangen sind bei der Premiere und von diesem Film, muss ich sagen, ist in der Weine Nature dann doch derjenige, der mir im letzten Jahr am besten gefallen hat. Trotz allem so richtig, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen und dachte mir danach so, oh cool, Teil 2, aber ich bin gespannt, was wir machen, weil ich finde halt, der erste Teil ist, ist glaube ich schon auch eine gewisse Art eine Reflexion über dieses Subgenre, was er bedient und zu diesem Subgenre gehören halt eben auch Sequels. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der Chris Nash vielleicht auch beim zweiten Teil etwas macht, was, was mir vielleicht nicht unbedingt gefällt, wo ich aber anerkennen muss, okay, du hattest zumindest eine Idee und die ist nicht uninteressant. Was würdest du dir für den zweiten Teil wünschen? Weil diese Frage habe ich mir gestern Abend echt lange gestellt. Was hättest du gerne im zweiten? Irgendwie stelle ich mir das so vor, wie so ein bisschen wie Halloween 1 und 2. Das ist quasi jetzt, dass Mädel da irgendwie ins Krankenhaus kommt und dann kommt Johnny halt als Arzt verkleidet rein und tötet alle. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Chris Nash das einfach nur wiederholt. Weißt du, da taucht schon wieder jemand den Anhänger. Da muss der Johnny wieder aufwachen. Ich kann, das ist das Interessante dabei, der Film hat quasi alle Möglichkeiten jetzt. Weil der erste Teil so eigen ist, glaube ich, dass da niemand sitzt und sagt, du musst das jetzt aber so machen. Also rein theoretisch könnte es auch sein, dass in The Wild Nature 2 vielleicht einfach der erste Teil nochmal ist, aber diesmal verfolgen wir halt eben eines der Opfer oder diesmal verfolgen wir ein Eichhörnchen oder vielleicht ist es quasi einfach eine komplett andere Geschichte mit einem anderen untoten Killer im Wald oder so. Vielleicht spielt er in der Stadt, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was der Chris Nash da macht und hoffe sehr, dass es ihm gelingt, so ein bisschen besser die Waage zu halten aus interessantem Konzept und für mich irgendwie unpassenden Overkills. Also ich hatte Vorstadt hatte ich mir auch schon hatte ich auch schon so auf meine auf meine Wunschliste geschrieben, wo ich dachte, das würde mir gefallen. Wenn sie jetzt anfangen würden, die Perspektive wieder zu wechseln und sagen, wir gehen jetzt den Opfern, ja, kommt drauf an, wie er es macht. Ansonsten wäre es ja kein großer Unterschied zu den restlichen Slashern. Also mir würde die Perspektive des Taucherglockenjohnnies besser gefallen. Aber ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, ob man das jetzt wirklich nochmal so gut hinkriegt, ob man sich jetzt tatsächlich vielleicht mehr auf Gore einschießt und sagt, alles klar, jetzt machen das nur noch richtig krass. Aber das fände ich ehrlich gesagt schade, weil die Perspektive, die Soundkulisse und alles mir so viel Spaß gemacht haben und das jetzt in ein einziges Schlachtfest zu verwandeln, würde der ganzen Sache jetzt nicht so gerecht werden. Also, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich lehne dieses Sequel nicht kategorisch ab. Es könnte natürlich scheitern, das ist klar, aber es könnte auch ganz interessant werden. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch gerne diese Besprechung zum ersten Teil, der am 24. Oktober in den deutschen Kino startet, gerne abschließen. Wobei eine Frage hätte ich noch. Ich habe ja schon gesagt, der Film startet an gerade in den deutschen Kinos und Überraschung hat ein FSK 18 bekommen, war schon seltsam. Also, ich hätte gedacht, ein FSK 12 wäre da schon drin gewesen. Kleiner Scherz. Sven, du bist ja auch so ein Heimkino- Connoisseur und du weißt ja auch, dass die FSK immer zweimal überprüft, einmal für den Kinostart und einmal für den Heimkinostart. Was glaubst du, wenn in der Weile Nature vermutlich in ein paar Wochen, Monaten fürs Heimkino erscheint? Und seien wir ehrlich, das wird so ein Mediabook-Ding. Das wird im Mediabook erscheinen, auch 5000 Stück nicht reduziert, limitiert und dann wird irgendwann die MRA kommen. Meine Frage ist, was glaubst du, schwört es der Film auch an Cut durch die Heimkinoprüfung in der FSK schaffen? Es kommt drauf an, was für ein Gremium das vorgelegt wird. Also, es gibt Sachen, wo ich eben auch letztes Jahr schon bei einigen Filmen gedacht habe, ey, das kriegt ihr niemals durch und dann kam er doch an Cut ab 18. Auch im Verkauf, wo ich dachte, okay, und sind wir ehrlich, also, ja, ich meine, die FSK ist immer so eine eigene Story. Manchmal habe ich so das Gefühl, je nachdem, wie viel Geld halt hinten dran steckt, wird es auch gerne mal durchgewunken. Ich, ja, 50-50. Also, ich werde mir den auf jeden Fall kaufen, das werde ich tun, aber nur als Amore, brauchst du es nicht als Mediabook. aber, ja, ich sage mal, er kommt nicht durch, weil dann ist es immer das Gegenteil, dann kommt er eigentlich durch ab 18. Ja, ist ja auch so ein bisschen auch so ein bisschen so ein dritter Schlag für so einen Film, oder? Wenn er nur mit Spio irgendwie erscheint oder so. Muss man auch mal sagen. Ja, 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 natürlich, ja, natürlich, klar. Was aber jetzt nicht einen guten Film ausmacht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns zu unseren Fazits kommen. Ich fange an und die Zweitsichtung hat der Film für mich wirklich gut getan. Nach der Ersichtung war ich so ein bisschen konsterniert, weil ich dachte, mir gefällt das Konzept, aber diese, diese Kills, die beißen sich einfach mit dieser meditativen Atmosphäre und diesem Ambiente des Films. Jetzt bei der Zweitsichtung hat sich das ein bisschen verbessert. Ich finde den Film nicht perfekt, aber ich finde ihn wirklich hochgradig interessant, weil er wirklich nach jeder Sichtung darauf, also bewirkt hat, dass ich über das Genre nachgedacht habe. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so gewollt war von Chris Nash, dem Regisseur, aber das hat er bei mir ausgelöst und wenn ein Film so etwas bei mir auslöst, dann finde ich das lobenswert. Deswegen würde ich euch empfehlen, diesen Film anzuschauen. Problematisch ist halt einfach für ein Publikum, das im, ich nenne es mal Terrifier-Modus ist, ist in der Fall Nature vielleicht dann doch eher der unpassende Film, weil er wirklich verlangt, dass man sich mit ihm ein bisschen näher beschäftigt und dass da ein bisschen mehr hinter steckt als nur die blutigen Kills. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass einige Leute vielleicht enttäuscht das Kino verlassen werden. Ich kann es nachvollziehen, aber ich bin trotzdem dankbar, dass es diesen Film gibt und würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr härtere Gore-Effekte abhaben könnt und wenn ihr nicht auf dieser Welle reitet und wegen sobald etwas brutal ist oder unnötig brutal in Anführungszeichen seid ihr raus, dann würde ich euch empfehlen, schaut zumindest mal rein, wenn nicht im Kino, dann zumindest im Heimkino. Der Film ist, wie gesagt, er ist nicht perfekt, aber er ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Zweitsichtung hochgradig interessant. Sven, dein Fazit bitte. Also ich freue mich auch auf die Zweitsichtung, ich hatte meinen Spaß, ich hatte auch keine Probleme mich da jetzt irgendwie umzustellen. Es gibt natürlich viele härtere Gore-Einlagen, aber ich finde auch jetzt so, gerade nach diesem sehr informativen Gespräch mit meinem Kollegen, dass dies nicht das Hauptaugenmerk des Films ist, er ist was, auch für Gore-Bauern, ihr werdet euren Spaß schon haben, aber es ist halt wirklich eine sehr entschleunigte Version, gibt der Sachen eine Chance, wenn er dem Kino dann im Heimkino, die Älteren, ich glaube eher, das ist sowas für die Älteren, die mit Jason und so aufgewachsen sind, die sich auch immer diese Fragen gestellt haben, was tut er den ganzen Tag im Wald? So du kochst. Ja, mit Eichhörnchen, Leichen. Also, vier gewinnt vielleicht. Nein, Quatsch. Ne, ich hatte meinen Spaß. Angucken, aber es ist wirklich eine entschleunigte Fassung, das muss man schon sagen, es ist kein Terrifier. Ja, also das darf ich auch sagen, wenn ihr an Halloween ins Kino gehen wollt und da Horrorspaß haben wollt, ist glaube ich Terrifier 3, den ich nicht gesehen habe und noch nicht gesehen habe, wahrscheinlich doch die bessere Alternative als der Weinen-Nedger. Ja, gut. Damit sind wir hier durch, ich danke euch fürs Zuhören, denkt dran, Tele-Stammtisch, wir haben eine Webseite www.tele-Stammtisch.de und wir haben Discord-Channel, da könnt ihr gerne kostenlos joinen, einfach tele-Stammtisch slash Discord und da könnt ihr mit uns reden über Filme, über Serien, Feedback geben, wir reden auch mal über Comics oder sonstige Sachen, alles vorhanden, könnt ihr jetzt, wie gesagt, gerne joinen. Sven, es war meine Freude, mit dir über diesen Film zu reden und ich sage Tschüss und dir gebührt das letzte Wort. Tschüss und aufpassen im Wahl. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.